Hey Leute und willkommen zu einem ganz kleinen Infovideo. Es soll wirklich nur ganz kurz sein, damit das noch einigermaßen pünktlich kommt. Und zwar ist es so, dass ich das Video, was eigentlich heute kommen sollte, anstatt dieses Infovideos, natürlich wieder eine Folge Badwoss, war eigentlich alles perfekt. Es ist heute Morgen während der Schulzeit hochgeladen worden, dachte ich zumindest. Dann kam ich jetzt gerade nach Hause und abgesehen, Upload abgebrochen. Mein PC ist wohl abgestürzt. Ich kann euch einmal kurz das Screenshot einblenden. Es war irgendwie zu 53% hochgeladen und jetzt ist es abgebrochen. Habe ich mich gerade ein bisschen geärgert, aber keine Angst, die Serie reißt nicht ein. Das kommt dann einfach morgen und ab da geht es dann wieder täglich weiter. Also das war ein Fehler, wofür ich echt nicht zukonnte. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.